Unsere Unternehmensgruppe heißt Sie herzlich willkommen. Unter unserem Dach finden Sie das Ingenieurbüro und den Fachgroßhandel der Westfalia Wärmetechnik sowie den Industrierohrbau, einen Fachbetrieb für Montage- und Rohrleitungsbau. Wir stehen für Zuverlässigkeit und kundenorientierte Wirtschaftlichkeit bei allen Projekten. Wir bieten sachkundige Beratung durch erfahrene Ingenieure im Innen- und Außendienst. Verfahrenstechnische Anlagen und Prozesse sind ein überaus komplexes technisches Gebiet. Unsere Ingenieure entwickeln das richtige individuelle und wirtschaftliche Konzept. Im Industrierohrbau beschäftigen wir uns mit der fachgerechten Umsetzung kundenspezifischer Lösungen in den Bereichen Rohrleitungs-, Anlagenbau- und Schweißtechnik. Wir bauen Leitungen aus Stahl und Edelstahl für sämtliche rohrleitungsgebundenen Energieträger sowie Produktleitungen jeder Art. Zu unseren Leistungen gehören Kesselumbauten und Sanierungen sowie ein umfassender Reparatur- und Revisionsdienst. Wir bieten unseren Kunden gebündelte Kompetenz an einem Standort. Durch den modernen Neubau in verkehrsgünstiger Lage haben wir die Wirtschaftlichkeit und Flexibilität erhöht sowie betriebliche Abläufe durch größere Lager- und Produktionskapazitäten optimiert. Unsere qualifizierten Mitarbeiter im Fachgroßhandel wissen, welche technisch ausgereiften und qualitativ hochwertigen Produkte zu einer innovativen, thermischen Verfahrenstechnik passen. Sie finden bei uns ein breites Sortiment an Armaturen, Messgeräten, Pumpen, Steuerungen, Regelsystemen, Hilfsmaschinen und Anlagen. Die mehr als 60 Mitarbeiter unserer Firmengruppe sind bestrebt, unseren Kunden die bestmögliche und zuverlässigste Lösung anzubieten. Mit innovativen Konzepten und Produkten sind wir für die Zukunft gewappnet. Sprechen Sie mit uns. Wir würden uns freuen, Sie zu beraten.